Yo Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich Willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, ihr seht schon den Titel. Heute wird es ja nochmal zu wild. Zusammen mit Nico, was geht? Was geht ab? Wir werden heute nochmal eine richtig extreme Challenge im Vorteil machen. Und zwar werden wir jede Minute lang in unserer Battle Royale, also sobald eine Minute rum ist, werden wir alle Sachen troppen. Können dann eine Minute lang wieder neue Sachen holen. Und müssen dann nach einer Minute wieder alle Sachen troppen. Was, Dinger? Ihr seht es hier gerade eingeblendet. Der liebe NextcoolX, keine Ahnung, wie man das ausspricht, Digger. Der hat mir das Ganze auf jeden Fall gestellt. Und ich dachte mir, wir hauen jetzt mal einen raus. Ich habe absolut keinen Plan, wie wir das machen sollen. Weil, Junge, das ist einfach zu extrem. Wir werden auch nicht die Mets troppen. Also mit Items meint er halt nur, halt Waffen, Minis oder Verbände oder was auch immer. Das werden wir troppen, das komplette Inventar. Aber Mets werden wir behalten. Und wir stellen noch eine Sonderregel auf. Weil ansonsten ist das wirklich unmöglich, Leute. Während dem Fight, also wenn wir gerade in einem Bauchfight sind oder keine Ahnung was. Also halt Gegnerkontakt. Derzeit dürfen wir die Waffen behalten, auch wenn die Minute lang rum ist. Weil ansonsten, Leute, brauchen wir die Challenge gar nicht machen. Das ergibt gar keinen Sinn. Wenn wir mitten im Fight sind und die Waffen troppen müssen, wie sollen wir da gewinnen? Aber ja, Leute, wir haben auf jeden Fall hier einen Timer am Start. Ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach unser Glück. Nico ist wieder am Start. Eigentlich auf El Clasico müssen wir jetzt hier wieder eine erste Runde in den Wind holen, ne? First try, sag ich jetzt. Okay, wir werden sehen, Digger. Let's go. Und Squat. Ja, er will immer Squat zocken. Junge, wir werden sterben, warum? Nein, nee. Wir machen das. Digger, es tut in meinem Herzen einfach weh. Egal, let's go, ready und abfahrt, Digger. Okay, Leute, wir sind jetzt in der Runde. Puh, Bruder, Lazy Lake. Direkt erst statt, na klar, warum auch nicht? Alter, ich werde heute locker, keine Ahnung, 10x, 20x diesen scheiß Timer neu einstellen, aber ich starte jetzt den Timer, es geht los in 3, 2, 1, go. Okay, eine Minute. Wow, Bruder. Ja, optimal, wir suchen jetzt nur eine Waffe erst mal, oder? Ja, schnell alle Minis trinken, Digger, die man hat, weißt du? Boah, stimmt, stimmt, stimmt. Warum drück ich, warum spamm ich eh? Wow, ich hab ne grüne Tech. Ich hab ne grüne Tech. Gleich nicht mehr. Ja, ich muss eigentlich jetzt den Biggie, ich muss den trinken, ich hab noch 33 Sekunden. Sonst kann ich den nie wieder benutzen. Hab einen. Komm, ich komm, ich komm. Noch 6 und 20 Sekunden. Hab noch einen. Alles gut, ich hab beide. Ich wurde abgeschossen, ich weiß nicht von wo. Ja, Bruder, dein Aim ist halt auch ganz anders, du hast. Schnell die Minis trinken, Digger. Krieg schnell Minis oder alles, was du brauchst. 15 Sekunden. 15 Sekunden. Chill, heb lieber noch nichts auf. Können wir gleich aufgeben. Ja, ja. Okay, wir holen uns ein paar Mets, aber wie gesagt, die müssen wir nicht droppen. Das war die einzige Regel. Dass wir die halt behalten dürfen. Und wir haben noch 4 Sekunden. 3, 2, 1, let's go. Und Timer. Okay, das ist sehr leise, Leute, aber ihr seht's. So, ich mach lauter. Okay, Timer läuft wieder. Eine Minute, haben wir jetzt noch Zeit. Ich schnitt zu den nächsten Gegnern. Okay. Ich denke, die Taktik ist ganz gut. Hier bei uns close. Auf dem Dach jetzt. Oh, hier liegt noch ne Tech. Du hast auch ne Tech? Äh, nee, ich hab keine Tech. Ja, aber hier lag keine. Äh, unter uns sind es zwei, ne? Oh, ja. Hab einen. Oh, schön, Digga. Ist über uns noch einer? Nee, hier close bei mir. 42 Sekunden. Hab ich auch noch, hab ich noch. Schön, schön, schön. Ich komm. Oh, hier liegen gute Waffen, Digga. Wir haben gleich. Das Haus brennt. Hä? Digga, das hab ich noch nie gesehen. Hä? Du bist Fortnite, Bro. Das muss man kennen. Diese, diese, äh, dieses Leuchtclass. Wir werden gerusht. Wir haben noch 27 Sekunden. Oh no, Digga. Wir schaffen, wir schaffen, wir schaffen, wir schaffen. Okay, komm. Oh, oh. Der schießt hier mit der Flaregang rein. Okay, 90 Sekunden. Ich hab einen, Digga. Er ist hinten noch. Ein Down. Jagdgewehr. Ich hol mich das Jagdgewehr jetzt. Er rusht. Er ist ganz oben, er ist ganz oben. Ja. Und? Drei Sekunden Timer. Zählt das als Fight? Ja, es zählt als Fight. Ich mach neu, aber hol ne neue Waffe, ist egal. Ja, da kommen noch mehr. Crackt einer da hinten. Okay, hab. Ja, jetzt läuft der Timer die ganze Zeit, sehr leise. Okay, Leute, Timer läuft wieder, 9,40 Sekunden. Ich komm nach oben. Oh, oben, maybe close. Ich bin da. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Schön, Digga, schön. Aber da kommen wir wieder. Lol, was war das? Keine Ahnung. Yo, Digga. Ich hab keine Metz mehr. Ja, ach, Digga. No way. Tricks Shotgun, Junge. Egal, Niko lebt noch. Du hast, by the way, nach 25 Sekunden. Ah, ne, du bist eh im Fight. Oder, ne, du bist gerade nicht im Fight. Ne, eigentlich nicht. Ja, aber eigentlich auch schon. Das macht 20 Sekunden. Wenn er dich jetzt rusht, hast du Glück gehabt. Ja. Ne, egal, du kannst die Waffen benutzen. 14 Sekunden. Digga. Uff, Digga. Schön, Digga. Schön, Digga. 5, 4. Und deine Karte. Okay, du musst jetzt... Oh, Karte. Nein. Ist die weg? Shit, Digga. Okay, ich glaube, jetzt alles scheiße war. So. Also, diese Challenge finde ich aber nice, muss ich sagen. Nächster Timer läuft. Ja, die bockt schon. Das ganze Spielsystem ist halt so irgendwie kaputt dadurch. Naja. Wirst du mal warten. Boah, Digga. Ich würde rennen. 21 Sekunden. Er ist im Fight. Okay. 17 Sekunden. Mach Pause. Er ist im Fight. Jo, jo, Digga. Und Abfahrt. Okay, droppen. Oder? Ja. Okay, komm. Scheiß auf. Ja, dropp die. Du. Ja, Digga. Challenge ist Challenge. Ja, normal. Ja, ja, ja. Fuck. Okay, 18 Sekunden. Aber du hast gerade einmal getroppt. Deswegen resetten wir. Eine Minute. Gehen so. So, ab jetzt. Na, die Jacke wäre zu ehrlich. Auch kein Ding. Aber Tag ist schon nicht schlecht. Oh, 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 oh. Noch einer. Puh. Puh. 41 Sekunden. Aber du bist ja im Fight. Ich mach Pause. Aber das wird nicht leicht, Digga. Oh. Ja, moin, Digga. Ja, moin. Er macht die Granate. Loin, was denn das für Mods? Schön. Wenn ich jetzt droppen muss, dann sag, ne? Weil dann dropp ich. Ja, 16 Sekunden hast du noch. Ich hab den Timer hier in der Hand. Digga, kann ich dich nicht aufnehmen. Bruh. Ich lohne sich nicht mehr. 9 Sekunden, 8 Sekunden. 7, 6, 5, 4. Digga, aber du hast ja keine Waffen. Ja, ich weiß. Und neun Minuten läuft. Ja, hol dir die Waffen. Oh, oh my God. Erlehrt seine Shotgun. Ach, du, ich kann da nicht hinkommen. Gib mir die scheiß Biggie. Oh mein Gott. Oh, shit. 45 Sekunden. Digga. Der Biggie ist verflucht, ne? Okay, wir machen Pause. 36 Sekunden. Hast du dann nach dem Fight Oh Das geht auch um sein Leben Oh, let's go Okay, ich habe jetzt 34 Sekunden Junge, was geht denn hier schon wieder ab? 14 Kills Oh shit, Digga Ja Moin Oh, gut, dass der Laser schweigt Oh Oh mein Gott Oh mein Gott Oh, Digga Der Typ sweatet sein Leben ganz anders Uff Bruder Boff Will ich auch rennen du hinter uns Hits rein Ja, Digga Da würde ich erst mal mini gönnen Oh, hast du kritisch 90 Metz Okay, Timer ist jetzt gleich rum Aber ist scheißegal, Leute Zwei Sekunden Und Okay, jetzt noch ein Fight Boah, scheiße Ich glaube, der Typ hat selber keine Metz mehr Oh, ja, er chillt wieder Und da ist er weg, Digga Hä Er lebt noch Oh mein Gott Okay No way Als ob ich für 50 Headshot gebe Shit Das Ding ist, wir haben gerade einfach schon mal eine Runde gezockt Achter sind wir gewonnen Junge Ich Wie viele Kills hatte ich? Ich glaube, 28 Und du hast 15 War das, ne? Genau Ja, war eine ganz gute Runde Aber egal, Leute Ich würde sagen, jetzt schaffen wir es dann easy Wir müssen halt auf jeden Fall den Win holen Das ist halt die Challenge Das Problem ist halt übertrieben schwer Jede Minute Komplett alles zu troppen, Alter Genau Jetzt die Runde Die wird's Ich kann es spüren Ja, die wird's Ich sehe uns jetzt die gerade rein 1,5 Sekunden haben wir noch Dann müssen wir das erste Mal troppen Okay, ich hab einen So Bei dir alles gut? Ja, bei mir alles fresh Ich hab den Timer gerade nicht im Blick Aber ich glaube, jeden Moment sollte der ready sein 20 Sekunden haben wir noch Okay, dann lass ich die Waffe hier liegen Naja, ich gucke auch mal gerade, ob ich hier eine Waffe finde Sonst hole ich mir erstmal nur Mets Und chill dann gerade 12 Sekunden Okay, ihr habt eine Waffe hier unten gefunden Jo Also neben mir sind auf jeden Fall noch ein paar Die kommen mich auch pushen, glaube ich Oh, 6 Sekunden, 6 Sekunden Jo, 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 ich warte Oh, die ballern mich ab Okay, eine Sekunde und let's go Neuer Timer läuft Ich komme sofort zu dir Jo Ich habe leider nur eine MP Ich jetzt auch wieder Oh, Kiste Was ist drin? Oh, Minis Digga Let's go Bei mir ist einer Ich komme Oh, tschüss Digga Rechts im Haus Oh, zwei Leute Zwei Leute, die pushen dich Naja Und direkt in mir einer Hab ich Hier ist noch einer Schön Vorsicht, die anderen kommen Fuck, ich baller mit Minis Hab noch einen Ich bin einer Oh mein Gott Ja, der andere hat Hits Oh, er sieht mich Hab ihn Nice, let's go Stand down Ja Und, Fight ist rum Wir haben noch 10 Sekunden Oh, 10 Sekunden Ich muss den Mini trinken Oh, fuck, ich auch Okay, easy Ich hab's, ich hab's Ich hab's Okay, 5 4 3 2 1 Boots, Digga Okay, let's go Nächste Minute läuft Ich würde sagen Ich gönn mir Die AR Und ne Pump, Digga Ja Jetzt kann ich die Bandos halt nicht mehr benutzen Das ist scheiße Oh, aber ich Danke, Mann Ah, aufentspannt Obwohl, darfst du's Digga Sonst können die uns die Waffen Die ganze Zeit traden Das wäre auch Weißt du, was ich meine? Das könntest du droppen Und ich heb deine auf Und du hebst meine auf Vom Ding her Ja, sowas ist jetzt okay Aber ich glaube mit Waffen troppen Und so Das machen wir auf keinen Fall, oder? Ja Ja, aber da scheiß drauf kommen Ne, auch keine Bandis und so Ich tropp's wieder raus Jetzt hab ich ein paar AP, Leute Aber Nicht schlimm Okay Komm, wir müssen zum Fightrennen Wir haben noch 26 Sekunden Ich hab keinen Bock, meine Waffen zu droppen, Digga Ich hab ja überall eine geile Waffe Ich hab in die Lieder eine Form Oh, ja Hier ist Verzerrei Digga, ist ja mal anders los Ich hab halt 14 AP Ich bin Hab einen Down Nice Noch einen Down Nice Aber hier ist noch einer Hier ist noch einer Wo? Die sind auf jeden Fall nur down Okay, Leute Zählt noch als Fight Hinter uns, hinter uns Oh, ja Ich werd abgeschossen Hab ihn Easy Okay, droppen Droppen, droppen, droppen Oben, oben, oben Ne, oben ist noch einer Ich hab gedroppt, Digga Ich hab gedroppt Oh, Mann Okay, ich hab auch gedroppt Give me the weapons Der war, glaube ich, hier oben irgendwo Oh, fuck Ich hab nur noch ein Farmer Das ist ein Grauel Ich hör aber auch nix Ich hab auch ein Boah, ich hab ne Pistil Wo läuft der hin, Digga? Okay, ist vorbei Ah, da hinten Ne, da liegt aber irgendwas Hab wieder gedroppt Minute läuft Oh mein Gott Was? Digga, ich bin am Lagerfeuer Weil man darf ja nicht im Lagerfeuer stehen Das ist mit der Schade Das ist halt so doof Digga, ich dachte, du wurdest gesniped Nein, ich stand im Feuer Ja, deswegen Okay, 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 okay Warte, ich komm Ach, Digga, die ganzen neuen Updates Da kommen wir in die Mente, ja Ich gönne mir Metze War die hier die Farmers von dir? Ne, ne? Ne Okay, die gönne ich mir gleich, Leute Wir haben noch 10 Sekunden Dann läuft der Timer wieder ab Ihr seht's Oh Gott, schiss 6, 5, 4, 3 2, 1 Let's go Komm mal her, schnell Komm mal her, schnell Okay, warte Und? Eine Minute, ja? Ja, hier vor mir Aber Digga, jetzt hab ich die 95 nicht mal benutzt, Alter Wie traurig Nein Hau rein, Lukas Und ich krieg noch Fallschaden vorm Schiff, Digga 6 Sekunden Oh, hier ist der Hai Hier ist der Hai Hier ist der Hai Wenn der mich jetzt angreift Boah, Bruder Okay, ne, hat er nicht Timer läuft, Timer läuft Und eine Minute wieder neu Okay, jetzt müssen wir halt schon der Gegner finden, Digga Ich hab die ganze Zeit Waffen offen und nichts Okay, hab alles hier getroppt Ich hab gar nichts Nicht mal ne Pistole, nix Oh, Digga, ich bin den Hai in die Arme gesprungen Der Baut hoch Ja, der ist, ich glaub, der ist nicht mal schlecht Wir haben keine Chance Ich hab nur eine Ska Ich baue den ab Nice Oh mein Gott Oh, er macht Stinkgranate auf mich Digga, diese Treckspots und dann von oben, Alter Oh mein Gott Okay, komm Oh, hinter dir Ey, von allen Seiten, ne Ja, Digga Bots und ein Full Team Digga Okay, ready Komm, let's go Egal, Leute Dritte und somit letzte Runde, die wir jetzt für heute machen Schreibt mir, by the way, auch gerne nochmal andere Challenges in die Kommentare Die wir vielleicht demnächst auch mal probieren können Aber, Digga Die heute ist auf jeden Fall andere Welt schwer Sag, ich guck mal Oh, Boden berührt Und, warte, warte, bevor ich jetzt irgendwas mach Timer läuft, Leute Eine Minute, let's go Ich hab hier mal Full Shield direkt Ja, ich loot jetzt eigentlich gar nicht schwer weiter Lass drei Gegner suchen, oder? Jo Sind hier welche gelandet? Hast du gesehen? Ich weiß nicht Ich baller mal Granaten da rein Hast du es niemanden gehört? Habe einen Unten? Oben Ah, ja, ja, unten Okay Dann ist der andere Oben, der andere ist hier bei mir Boah, Bruder, ich bin lost Oh, zwei Leute Ja, rip, Alter Fuck Okay, wir sind noch im Fight Die campen beide noch an der Treppe Boah, Digga Auf einmal zehn Leute vor mir, ne? Ja, komm Oh, shit Lol, was ist das für ein Gang? Digga Ja, der Nacht ist, man hört das halt, ne? Ja, ja Oh, schöne Hits Schöne Hits Ich geh auch schon drauf, komm Auch, meine Karte wäre auch lecker, ne? Ja Der andere kommt von hinten Kannst du meine Karte holen, einfach? Ja, ich versuch's Egal, renn durch Renn durch Uh, Digga Let's go Eins hoch Auf der Treppe da Schön Let's go, Digga Okay, geh wieder runter Er holt ihn, er holt ihn Ja, ich seh's Er hat ihn wieder geholt Oh, Digga Oh, der Todeslaser Da kommen auch noch welche Es kommen noch andere Du hast Heal, du hast Heal Der Typ ist das Wetter von dem Team Der ist One-Shot No way Digga, schön Okay, und wir Instant Drop, Digga Ehrenmann Okay, neun Minuten Läuft wieder Fight ist rum Lagt da dich noch irgendwas anderes? Minis oder irgendwas? Kannst du dir gleich holen Also, deswegen Ich lass dir noch ein paar Sachen Der Ehrenbruder, Digga Puh, Bruder Okay, vier Drei Zwei Eins No Let's go, Digga Okay, ich hab die S&G Okay, ich hab die Eier Ich sag, wir gehen aber trotzdem schon mal Richtung Gegner Wir könnten ja tatsächlich diese zwei Lootjobs gehen Und dann erstmal das Loot mitnehmen dann Oh, das wär Baba, Digga Ja Wow Hier, äh Baller dir den noch ein, oder? Okay, ich dropp auch schon mal eine Sekunde Und Let's go, Leute Timer abgelaufen Und der neue Timer läuft Und dann alle, die schreiben, dass wir das faken oder so Ich schwöre auf das Leben von meiner kompletten Familie Das ist alles Reals, die wir grad machen Also wir machen jetzt nicht irgendwie Cuts rein und die Minute dauert dann länger oder sowas Ich denke, wir eine Minute lang nutzen dürfen und dann wieder droppen müssen Ja, geil Nein So, geh ich mal nur schon mal auf, was ist drin? Ja, stimmt Boah, ein Jagdgewehr, Digga Und die Minute ist rum, eine Minute läuft und let's go, ich hab alles Komm her, ich hab's aufpacks Und ein Jump Head Boah, Digga Okay, wir haben jetzt noch 25 Sekunden Wer lang ist da? Das sind zwei, das sind zwei Oh, let's go, let's go, lass hier oben drauf landen Die sehen uns nicht, ey, sind die blöd Doch, doch, einer hat uns gesehen Oh, jetzt bist du genau in meinen Schuss gerannt Oh, sorry Oh, Digga, die Sven schon wieder Boah, Digga, tschüss Auf einmal Ninja vor uns Hab einen down One away Wo, 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 ich wollte das Loot Hab den zweiten auch down, ganz oben Bruder, ja, gib mir, schmeckt Oh, er ist hier bei mir Oh, ja, Bruder Egal, wir sind noch im Fight, Leute Nein, der Haier parkiert mich, egal Oh, oh Nichts holen, nichts holen, ja Okay, wir müssen troppen Wir sind nicht mehr im Fight Okay, let's go, es läuft weiter Dann hol du den Ich hole mir die taktische Oh, 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 nicht, Digga Das ist gar Vorsicht Oh, ich hab noch ein Kill bekommen Ey, die ganze oben Oh mein Gott Einer muss ja auch noch neben, eigentlich Ja, ja, die waren nur down Loot ist hier unten bei mir Okay, okay, okay Hä, wo sind die, Digga? Oh mein Gott, seht's? Der steht da, in der Ecke Ich hab's gesehen Oh, shit Ja, Digga Zwei, der hat einen gerestet Zwei Zack Nee, nee, ist nur einer, ist nur einer Safe? Ja, ja, safe Nee, oder? Ja Digga, er gibt mir den Laser des Todes Hat er mir auch Eine Sekunde lang guck ich ihn an Ah, an Lucky, man Ich würd mal sagen, wenn es dir gefallen hat Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da Wir haben die Challenge auf jeden Fall leider nicht bestanden Aber falls jemand von euch das Ganze schafft Sagt mal auf jeden Fall mal beschreibt Schreibt mir das in die Kommentare Es ist, Digga, es ist fast unmöglich Aber probiert auf jeden Fall mal euer Glück Und ganz wichtig, schaut auf jeden Fall auch bei der Nico vorbei, Leute Alle Links sind in der Beschreibung Und nicht wundern, warum ich immer der Nico sag Also er heißt der Nico Nicht nur, ihr wisst schon, was ich mein Checkt die Links ab, Leute Wir sehen uns morgen beim nächsten Video Haut rein und macht's gut, Leute Ciao